Wahnsinn, die Zeit geht sehr, sehr schnell um und wir sitzen mit unserem tatsächlich schon dritten Gast hier in der zehnten Folge von Kikörs. Glaube ich, der könnte auch mich kennen. Ich habe jahrelang auf professionellem Niveau Fußball gespielt. Ich habe begonnen beim Karlsruher Sportclub mit 19 Jahren. Wir standen mal kurz, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz und das war ein Katastrophejahr.